Das ist natürlich auch gut ein Ort gedacht und das ist auch gut, aber hier heißt es schon sehr, sehr gut auch. Natürlich, mit Ihrem Übermeister Klaus Rekentor und ich sehe vom Deutschen Bundestag unter einer Spiegel auch dabei, der schießt sich immer gerne ab. Wir werden auch Wort nach Wort noch mal in den Deutschen Stunden. So, dass ihr dabei seid, so dass ihr dabei seid, macht weiter Solo, unsere Partei noch so, dass ihr dabei seid. Wir sind dabei, wir sind auf die Kirche und bitte gut, wir fahren auch so schön mit euch. Wir suchen auch die Kirche, da macht ihr noch sehr groß, die Kirche, die Kirche, die Kirche und die Kirche aus dem Bad. So, jetzt kommt es mal versucht, wo ich die Kirche richtig auskomme, ich sage, Carre, Apfel und Charon. Ja, und da ist natürlich auch unser lieber Eppel-Chef dabei. und das ist immer schön dass die nation auch mal anhalten und ich sage euch wir können ein bisschen neidisch sein es ist ein wahnsinniger ausblick hier von oben so eine schöne einautorologie auch mal zu begrüßen so es schließt sich an natürlich die firma meyer zuhörstern und die firma meyer zuhörstern ist natürlich auch mit dem festgeber dabei wenn uns material zur verfügung absperrt sollte was man so braucht am dritten und vierten neun dreißig jahre meyer zuhörstern auf dem hof macht hier natürlich ordentlich werfen dafür kommen sie gerne hin gucken sich das an was es dort alles gibt rund um den garten und feuer ist dort alles zubekommen schönen tag für euch mitmachen marianne rauf dankeschön hula balu war immer unsere hütte hula balu hula balu hula balu hula balu hula balu zu diesem ort gehören auch die t Bier hula balu und ihren vielen dow Weil der Mond sagt, ein Neuferlager hier in Matron-Trägen wird am Donnerstag offiziell eingeweiht. Die Biedelgarten sagt, genau. Da braucht man auch noch die Biedelgarten. Also der Biedelgarten wird am Donnerstag eingeweiht. Das soll. Nun folgt unsere freigede Feuerwehr-Patronen zur Seite. Sie haben nicht nur neue Warten, Sie haben auch etwas ältere Warten mit dem Hakenzeichen OSCJ-024. Das ist die alte Nummer des ehemaligen. Auf Zufall ist das Fahrtüchtig und man hat sich davon gebracht. Ohne die Feuerwehr-Ministik gehen, nicht der Mann, der ist. Ja, Mann, die Jörg, alles Ziele. Vollkannerei, gib das. Schönen Dank, dass ihr dabei seid und mitmacht. Dankeschön. Schönen Dank, dass ihr dabei seid. Ohne die Feuerwehr-Ministik gehen, nicht der Mann, der ist. Ja, das ist ja das. Schönen Dank, dass ihr dabei seid. Natürlich, dass du vor dem Volkst. Da ist ja auch nach Vertrieb. Drei Tage. Immer für die Sicherheit gesorgt und für die kleinen Bewege, die wir alle haben. Und euch wird es nicht geben. Schönen Dank, macht weiter so. Es schließt sich an. Herzlichen Dank, dass wir das mitmachen. Gibt meine Gast. Gibt es nicht, ob wir das mitmachen. Ja, das ist ja auch. Sie sind sozusagen das Wettstück der ganzen Geschichte und wohlneu gepflegt. Versuchen die Rettel mit ihrer Traktorschuss ab 9. Ja, ausprobiert dieses Letztes, schön Dank für eure Mitmachen. Und viele Punkte bei eurer Aktion, bei euren Spitz. Wow, how good. Super. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018